Heute bei SportfanTV. Der 32-jährige Thurgauer Ralf Neff gehört seit vielen Jahren zu den besten Mountainbikern der Welt. 2006 konnte erfolgreiche Antwiler innerhalb von 7 Tagen 3 EM-Medaillen darunter zweimal Gold feiern. Kaum ein anderer Schweizer fährt so konstant gute Leistungen an internationalen Titelkämpfen. Ralf Neff, herzlich willkommen bei SportfanTV. Letztes Wochenende ein Weltcup-Rennen in den Übersee in Amerika, aber du konntest nicht starten. Wieso? Ich bin am Tag vor dem Rennen am Freitag gestürzt und habe mir die Prellungen am Rücken geholt und an den Knie. Ein Tag später war die Zeit zu kurz, um sich von dem zu erholen. Ich musste wegen Schmerzen und anderen Folgen, die es hätte geben können, wenn ich einfach das Rennen fahren müsste, auf das Rennen verzichten. Es ist ein bisschen hart, wenn man zwei Wochen dort hinten ist für die zwei Rennen und dann eins von diesen zwei Museln und trotzdem die ganze Zeit investiert hat. Wie lange musst du passieren? Ja, passieren ist eigentlich gerade jetzt der Renntag gewesen. Gestern Reisetag, gestern Morgen nach Hause gekommen. Und heute, wenn ich dann ins Engadin hochgegangen werde, dann am Nachmittag probieren, auf das Fehler gehen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das war eine sehr erfolgreiche Saison bis jetzt. Was waren die Höhepünkte aus deiner Sicht? Ja, der Höhepunkt war sicher der Weltcup in Frankreich, wo ich schlussendlich mit dem dritten Platz die Olympia-Quali geschafft habe und die Olympia-Selektion für London geholt habe. Und das eigentlich nicht, weil ich die Selektion geschafft habe, sondern weil ich mich auch gegen meine Schweizer Kollegen durchsetzen konnte. Wir haben ja drei Startplätze für etwa acht Fahrer und fünf von denen sind in den Top 6, nein, sechs von denen sind mal in den Top 6 gefahren im Weltcup. Also das Niveau ist sehr hoch und es ist natürlich, ja, nachdem ich im 2008 als Ersatzfahrer an die Olympischen Spiele musste, ist da immer im Hinterkopf schon das gewesen, dass es wieder passieren könnte. Und ja, ich bin natürlich speziell gefreut, als ich dann als Nummer zwei selektioniert werde. Ja, schauen wir früher nach London, Olympische Spiele, das sind ja nicht deine Ersten. Nein, das sind eigentlich offiziell die Zweiten. Also ich bin ja drei Olympische Spiele jetzt dabei. In Athen als jungen Fahrer Sechster geworden. Ich hatte dann eigentlich grosse Ziele für Peking und musste als Ersatzfahrer dabei sein, weil einfach die Schweizer Nation stark ist. Und jetzt eigentlich in London, ja, das dritte Mal. Wie tust du dich darauf vorbereiten? Ja, jetzt habe ich eigentlich nach dem Juni ein wenig locker genommen, nach der sehr stressigen Phase bis zum Mai. Und mit der ganzen Form und allem ein wenig runtergefahren und jetzt im Juli gehe ich in die Höhe hinauf. Jetzt haben wir noch sechs Wochen Zeit. Und wir probieren dort jetzt eigentlich in die höchste Form der Saison für die Olympische Spiele als erstes Mal im August. Denn als zweites ist die Weltmeisterschaft im Cross Country im September und im Oktober haben wir noch die Marathon-Weltmeisterschaft. Wann ist genau das Olympische Rennen? Am 12. August, am Schlusstag, haben wir das Rennen, am Nachmittag. Und ja, wir haben dann von dort gerade das Schlussvier. Kennst du die Strecke schon? Kennst du das Profil? Und wenn ja, sagt er dir die Strecke zu? Ja, aber wir kennen jetzt die Strecke und das Profil. Wir waren dort im April, um das ganze anzuschauen. Einzelne sind letztes Jahr schon gewesen, um das Testrennen zu fahren. Den Zeitaufwand habe ich nicht auf mich genommen, sondern bin einfach im April zu schauen. Und das ist ein gutes Profil für mich, geht links, rechts, rechts, runter. Es ist eine baute Strecke, es ist nicht eine natürliche Strecke, die man irgendwo im Wald findet mit irgendwelchen Wanderwegchen und Singletrail. Sondern es ist auf so einer Farm auf der Wiese, haben sie im hügeligen Gelände einfach mit Schotterstein Strecke gebaut und ein paar technische Passagen. Von dem her hat es nicht sehr viel Aufstieg, also es hat Aufstieg, aber maximal eine Minute lang. Und das bedingt eigentlich immer, dass es eine grössere Gruppe gibt und wahrscheinlich ein sehr taktisches Rennen wird geben. Und vom Profil her müssten wir eigentlich sehr gut liegen. Wer sind denn für dich Favoriten? Ja, der Nummer 1 Favorit ist sicher der Ninnerschurter. Das hat dieser Jahr gezeigt, also nicht nur bei der Schweiz, sondern einfach weltweit, dass er immer noch der Beste ist. Nach seinem Weltmeistertitel vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Und ja, der Juli Absalon, zweifache Olympiasieger, hat sicher grosse Chancen auf den Titel. Dann Jaroslav Kulhavius, der Tschechei, der letztes Jahr Weltmeister war und die ganze Saison dominierte. Der Jahr zwar noch nicht ganz in Schwung kam, aber dann muss man sicher auch zu den Titelkandidaten rechnen. Und dann noch der Spanier, der Jose Antonio Hermida, mein Teamkollege aus dem Multivameryda-Biking-Team. Er ist auch immer einer, der für Medaille oder Titel gut ist. Wie schätzt du deine Medaille Chancen ein? Ja, 1% kann ich das nicht genau sagen. Das gibt es nicht. Es sind sehr viele Faktoren, man muss stimmen, man muss einfach wirklich bereit sein an dem Tag. Dem muss einfach auch das Glück auf der Seite von mir liegen. Dass auch einfach mit dem Material alles gut läuft. Das ist nicht wie bei einem 100m Lauf, wo man einfach weiss, heute laufen jetzt die oder die Zeit. Und die Schuhe bleiben da den Füssen und das passiert nicht. Beim Mountainbike-Rennen kann immer etwas sein, man kann defekte an den Sturz. Es geht sehr schnell und darum muss alles stimmen. Und dann schätze ich eigentlich, meine Medaille Chancen sind da. Also ich kann jetzt eben nicht prozentual etwas sagen, aber ich würde sagen, mein Ziel ist es, eine Medaille holen. Und für das werde ich alles geben und wenn alles stimmt, dann ist es auch möglich. Olympische Spiele sind immer ein bisschen speziell. Eröffnungsfeier sind ja von Anfang an dabei. Nein, wenn wir das Rennen am letzten Tag haben, haben wir am ersten Tag, am Eröffnungstag, noch ein Welcup in Frankreich. Und von daher können wir nicht dabei sein. Okay, dann wünschen wir euch ganz viel Glück, also vor allem dir. Und wir würden uns freuen, wenn wir dürfen von der Medaille berichten. Danke, Ralf Neff.